Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Webinar Goldbarrenheben, sich mit wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unabhängig finanzieren mit Klaus-Dieter Becker und das ist das dritte Webinar in unserer Reihe Politische Fitness, so wird eure Organisation stark in rauen Zeiten. Ich bin Hanna von Open Transfer Zusammenhalt, einem Programm der Stiftung Bürgermut und wir schaffen mit Open Transfer Zusammenhalt eine Plattform für Initiativen und Organisationen in vor allem Ostdeutschland, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Und jetzt möchte ich gerne Klaus-Dieter Becker begrüßen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Hi, so das ist jetzt auch das letzte Mal, dass ich Klaus-Dieter gesagt habe, aber jetzt nur noch Klaus. Ich grüße mich ganz herzlich. Klaus hat unter anderem Fineo mitgegründet und erklärt uns heute die Grundlagen der Finanzierungsform wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Da bin ich ganz gespannt. Wer schon mal bei unseren Webinaren dabei war, weiß, dass wir immer mit einer Frage und einem kleinen Spiel beginnen, um unsere Referentinnen etwas kennenzulernen. Daher jetzt die Frage an dich, Klaus. Wer ist dein Vorbild, wenn es um politisches Handeln geht? Ja, gleich eine ganz einfache Frage zu Beginn, die ihr mir hier stellt. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe tatsächlich nicht so wirkliche Vorbilder grundsätzlich gehabt in meinem Leben. Ich glaube, wenn ich eins nennen würde, wäre es tatsächlich meine Mutter in dem Zusammenhang, die war nämlich alleinerziehend mit vier Kindern und hat dann abends noch Kommunalpolitik bei uns gemacht, vor allen Dingen Familienpolitik. Also wie können wir die Kinder gut zur Kita bringen? Wie kann Schule gut funktionieren? Wie kann Wohnraum für Familien umgestaltet werden? Das hat sie sozusagen in ihrer knappen Zeit tatsächlich noch nebenbei gemacht. Insofern ist das vielleicht mein politisches und menschliches Vorbild. Und ansonsten sind mir, glaube ich, sozialdemokratische Grundwerte sehr nahe. Okay, danke schön für diesen Einblick. Und jetzt kommt der einfachere Teil von der Vorstellung. Ich hatte dir ja schon gesagt, wir spielen am Anfang immer das A- oder B- oder Weiterspiel. Und du bekommst gleich von mir 15 Wortpaare genannt, nach dem Schema zum Beispiel Hund oder Katze. Und dann sagst du eins von beiden. Oder du sagst weiter, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Und die Idee ist, dass du nicht viel darüber nachdenkst, über deine Antwort, sondern dass du das sagst, was dir als erstes einfällt. Bist du bereit? Alles klar, ich bin bereit. Okay. Meer oder Berge? Meer. Stadtkind oder Dorfkind? Stadtkind, jetzt Dorfkind. Kaffee oder Tee? Kaffee. Chips oder Schokolade? Chips. Vorausschauend oder prokrastinierend? Vorausschauend. Radfahren oder Laufen? Laufen. Fitnessstudio oder draußen bewegen? Draußen bewegen. Teamfrühstück oder gemeinsames Feierabendbier? Feierabendbier. Co-Working oder Homeoffice? Co-Working. Snooze oder Aufstehen? Snooze. Demo oder Petition? Demo. Verbieten oder Aushalten? Aushalten. Ansprechen oder Stillärgern? Ansprechen. Halbvoll oder Halbleer? Halbvoll. Vorbild sein oder Vorbild haben? Vorbild sein. Die Frage hast du ja auch schon ein bisschen überantwortet vorhin. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich hoffe, dass jetzt alle Zuschauenden auch nach und nach eingetrudelt sind und ich würde dir jetzt das Wort übergeben, Klaus, und freue mich auf deinen inhaltlichen Einblick zu wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb. Super, vielen Dank. Dann teile ich jetzt die Präsentation. Vielleicht vorab, ich versuche den Input am Anfang nicht ganz so lang werden zu lassen, sondern ich möchte eher euch mit der Präsentation ein bisschen anregen, auch Fragen zu stellen. Also wir werden verschiedene Aspekte uns angucken und die sollen euch ermuntern, sozusagen die Dinge ins Gespräch zu bringen, die für euch persönlich wichtig sind, weil das wird sehr unterschiedlich sein bei einigen von euch. Mein Ziel ist es, kann ich vorweg sagen, euch zu ermuntern, wirtschaftliche Geschäftsbetriebe aufzubauen und Angst vor diesem Thema oder Vorbehalte tatsächlich abzubauen und wir werden uns dem so ein bisschen nähern über die Frage der Gesamtfinanzierung sozusagen einer Organisation, also eher als ein Finanzierungsinstrument tatsächlich. Und so hat es ja Open Transfer ja auch so ein bisschen beschrieben in dem Titel. Ich habe ihn etwas abgeändert. Er hieß vorher, Gräubbaren heben sich mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb unabhängig finanzieren. Ich habe da mal ein ER rangehangen, also unabhängiger. Ich glaube, das trifft es ein bisschen besser. Es ist halt ein Instrument und so würde ich es gerne auch beschreiben. Zur Agenda, wir nähern uns der Thematik so ein bisschen über Mythen des Sektors. Ja, also was hier so immer so erzählt wird sozusagen und ich möchte da den einen oder anderen Mythos einfach mal ein bisschen entkräften. Und wir kommen dann von der grundsätzlichen Finanzierung einer gemeinnützigen Organisation und ordnen da die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe einfach mal ein und gucken uns das an. Und dann habe ich einen ganz kurzen Exkurs so. Ja, wie mache ich das jetzt, wenn ich jetzt anfangen will damit? Also was? Wie geht denn das? Was kann denn ein erster Schritt sein tatsächlich? Wie entwickelt man sowas tatsächlich? Und als letztes so ein paar Kleinigkeiten, auf die man aufpassen muss. Ja, nichts Schlimmes, da brauchen wir keine Angst vor haben, aber muss man einfach beachten. Okay. Dann springen wir mal rein in die hartnäckigen Mythen unseres Sektors. Es gibt, ich habe euch ein paar Zitate mitgebracht und es halten sich wirklich ein paar Mythen in diesem Sektor. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, woher sie kommen. Aber wenn wir mal links oben ankommen, dann geht es um so Fragen wie Profite oder Gewinne. Also da steht zum Beispiel, wie der Name schon verrät, werden bei Non-Profit-Organisationen keine Profite oder Gewinne gemacht. Stimmt einfach nicht. Komme ich gleich nochmal. Das ist einfach falsch. Das ist einfach nur falsch. Wenn man unten links guckt, dann steht sowas wie für gemeinnützige Vereine und es ist die Möglichkeit, beschränkt Gewinne zu erzielen. Auch das stimmt nicht. Das ist einfach nicht der Fall. Und wenn ihr rechts oben so ein bisschen guckt, gemeinnützige Organisationen stehen in Sachen Energiekosten mit dem Rücken zur Wand. Das stimmt. Da stehen sie, genau wie die privaten Haushalte auch. Aber der Fakt nach dem Komma, also die Aussage nach dem Komma stimmt aber nicht, denn sie dürfen aus rechtlichen Gründen kaum Rücklagen bilden. Das ist tatsächlich nicht der Grund dafür, dass sie da mit dem Rücken zur Wand stehen, sondern den Rücklagen können wir bilden. Und ich werde mal auf zwei, drei Mythen jetzt kurz nochmal eingehen und sie einfach euch auch so ein bisschen widerlegen, dass ihr das auch nochmal seht, wie das rechtlich eingeordnet wird. Vielleicht vorab noch eine Folie zu der Sache Gewinnen. Ich mache die einfach, damit wir von demselben sprechen. Was ist tatsächlich ein Gewinn? Und da gibt es zwei Ermittlungsarten bei uns im deutschen Recht, die überwiegend Gebrauch finden. Die Linke, der Einnahmeüberschuss. Das kennt ihr für die allermeisten kleineren Vereine. Also man hat den Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben. Das ist häufig bei Vereinen und Personengesellschaften so. Also man zählt, was ist reingekommen, was ist rausgegangen. Das, was übrig bleibt, ist halt der Gewinn. Und bei den GGmbHs oder wenn ihr eine gemeinnützige Aktiengesellschaft mal habt zum Beispiel, dann ist der Gewinn immer der Überschuss der Erträge über die Aufwendung. So, wir wollen es gar nicht so genau angucken, sondern es geht eher darum, also ein Gewinn ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Überschuss. Es ist einfach mehr da als weggegangen. Das sollen wir für uns einmal im Kopf behalten, dass wir das jetzt mitziehen. Ja, und dann vielleicht zu den drei Mythen einmal. Einer dieser Mythen ist, dass sich Gemeindezugorganisationen nur sehr eingeschränkt wirtschaftlich betätigen dürfen. Das stimmt nicht. Es ist im Gegenteil. Sie dürfen sich sogar überwiegend wirtschaftlich betätigen. Und das wird jetzt für den einen oder anderen schon seltsam sein. Die werden sagen, nein, das habe ich immer anders gehört. Ich habe es so gehört, man darf nur so eine bestimmte Prozentsatz wirtschaftliche Tätigkeiten machen, sonst ist man nicht mehr gemeinnützig. Das ist, was ihr da gehört habt oder was da durch den Sektor getragen wird, das ist eine, man nennt sie Gepräge-Theorie. Die wurde im Jahr 2007 vom Bundesfinanzhof verworfen. Ja, also seit 2007 gibt es sie nicht mehr. Das ist fast 20 Jahre her. Aber sie geistert durch den Sektor und vor allen Dingen geistert sie auch durch die Steuerberatung. Warum? Alle Steuerberatungen oder Beraterinnen, die vor 2007 ihren Abschluss gemacht haben und danach keine Fortbildung gemacht haben, erzählen das immer noch. Ja, also das ist tatsächlich ein Fortbildungsproblem oder ein Bildungsproblem. Es ist tatsächlich so, dass ihr sogar überwiegend wirtschaftlich tätig sein dürftet. Der entscheidende Punkt ist die Mittelverwendung. Ihr müsst die Gewinne davon, die Überschüsse gemeinnützig verwenden. Also das heißt, euren ideellen Tätigkeiten zufügen zum Beispiel. Das ist eine Art und Weise, wie man das macht da. Das Zweite ist, was immer wieder durch die Gegend wütet, ist, gemeinnützige Organisationen dürfen oder sollen keine Gewinner wirtschaften. Das wird häufig mit dem Zusammenhang von Non-Profit genannt. Also der Name sagt es ja schon, ist dann häufig so. Also wir sind ja Non-Profits, also wir machen keine Gewinner, nein. Das sagt das Wort eigentlich gar nicht aus, sondern das Wort sagt eigentlich aus, dass der Zweck der Gesellschaft nicht die Erzielung oder Maximierung von Gewinnen ist. Ja, also das heißt, in eurem Fokus steht jetzt nicht das Geld verdienen und ganz viel Gewinne machen, sondern in eurem Fokus steht eine gesellschaftliche Veränderung oder eine Bildungsaufgabe, die ihr erreichen wollt. Aber das schließt überhaupt nicht aus, dass ihr Gewinne erwirtschaften dürft. Und es ist ausdrücklich erlaubt. Es gibt auch keine Gewinnbegrenzung. Ihr könnt also theoretisch Milliarden Gewinne machen, das ist gar kein Problem. Das Problem ist die Regulierung der Mittelverwendung. Also ihr müsst diese Gewinne halt gemeinnützig verwenden. Und damit ihr mal ein Gefühl habt, auch nochmal, um das klarzustellen, das Gemeinnützigkeitsrecht, das ist ein Steuerrecht, das geht ganz klar davon aus, dass gemeinnützige Organisationen Gewinne machen. Denn es hat so Regelungen in der Abgabenordnung, die sich nennen zum Beispiel Rücklagen und Vermögensbildung. Also wie soll man Rücklagen und Vermögen bilden, wenn man keine Überschüsse hat? Also das heißt, ihr seht, die beschäftigen sich eher mit der Regulierung von Überschüssen in der Abgabenordnung. Es wird dann steuerpflichtiger, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb mit definiert. Das heißt, man geht von der wirtschaftlichen Betätigung aus und die zielt in der Regel auf Überschüsse oder sagt der Gesetzgeber, soll sie es produzieren. Und es gibt natürlich auch die Zweckbetriebe, die ihr kennt aus dem Bildungsbereich zum Beispiel auch. Das ist halt einfach ein steuerbegünstigter, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Auch dort geht man von Überschüssen aus. Der Mythos hält sich aber immer wieder. Der Nächste vielleicht noch, Mythen im gemeinsamen Sektor Rücklagen. Da geht es darum, die dürfen keine Rücklagen bilden und die Geld nicht sparen. Also wenn wir dann mal zu viel haben, dann müssen wir schnell ausgehen, wir dürfen es nicht irgendwie behalten. Und auch das ist ein Mythos. Ihr könnt ausdrücklich Geld in Rücklagen stecken. Ja, das ist Paragraf 62, Abgabenordnung. Und selbst wenn ihr keine Rücklagen bildet, also Rücklagenbildung ist ein aktiver Prozess. Man sagt, wir nehmen hier dieses Geld und stecken es in eine Rücklage. Es ist dann auch so gekennzeichnet. Selbst wenn ihr es nicht in eine Rücklage steckt, sondern einfach nur auf dem Konto behaltet, dann muss das Geld nur zeitnah verwendet werden. Ich werde jetzt hier nicht auf die zeitnahen Mittelverwendung eingehen, aber wen das interessiert, dann haut das später in die Fragen. Dann sage ich auch nochmal was zu den zeitnahen Mittelverwendungen, damit ihr mal ein Gefühl habt. Was könnt ihr so theoretisch vor euch herschieben an Geld? Das sind ungefähr zwei bis drei eurer Jahresbudgets. Das könntet ihr steuerlich sparen, ohne dass ihr irgendwelche Probleme mit der Gemeinschaft kriegt. Das ist so eine Traumregel, wie es genau passiert, siehst du in 55.5. Genau, damit ihr mal ein Beispiel für so eine Rücklage habt, habe ich euch hier mal die Bilanz der Bertelsmann Stiftung mitgebracht, was die so in die Rücklagen gestopft haben tatsächlich. Und das sind nicht 514.000, sondern wenn ihr mal links oben guckt, das ist passiv in 1.000, das sind 514.000.000, das sind 514.000.000 in 2020 und in 2021 sind es schon 560.000.000, die da in den Rücklagen, also die gespart wurden. Das ist tatsächlich noch die kleinste Zahl des Sparens der Bertelsmann Stiftung. Da kommt noch das hinzu, was sie gar nicht in Rücklagen gesteckt haben, sondern was einfach munter lustig irgendwo rumliegt. Aber das seht ihr auch mal, dass die Rücklagenerhöhung hier allein in einem Jahr 36 Millionen Euro war. Ja, und das ist einfach gespartes Geld. Und da seht ihr mal, was möglich ist. Ihr könnt sowas euch auch mal bei anderen Organisationen tatsächlich angucken. Man muss sie natürlich erwirtschaften, aber ihr seht, wenn man sie erwirtschaftet, dann kann man da ganz Menge zurücklegen. Ich springe jetzt mal in das Thema der Grundgesamtfinanzierung einer genutzenden Organisation und ich will euch in dem Kontext einfach auch zeigen, wie da die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe einzuordnen sind und warum die auch tatsächlich hilfreich sein können. Zuvor vielleicht noch, was ist Finanzierung? Wenn man jetzt einen Betriebswirt fragen will, dann würde er sagen, das ist die Versorgung eines Wirtschaftssubjekts mit Kapital, damit es seine Ziele verfolgen kann. Ich würde es gerne ein bisschen einfacher halten. Wo kommt das Geld her, das wir jeden Tag für unsere Aktivitäten ausgeben? Also, womit bezahlen wir das, was wir tun? Uns selber, unser Personal, unsere Aktivitäten? Das würde ich hier mal als Finanzierung deklarieren. Und wenn man da raufguckt bei einer Non-Profit, dann gibt es zwei grundsätzliche Theoreme, wie man sich das angucken kann. Man kann es einmal links über die Viersphären-Theorie sich angucken oder rechts über die Drei-Säulen-Theorie. Links, das ist das, was die steuerliche Betrachtung ist. Also, das ist das, was auch euer, entweder euer Finanzvorstand und Verein sich mit beschäftigt, wenn er dem Finanzamt die Steuererklärung gibt oder euer Steuerberater, die machen die linke Seite. Die ist auch richtig und ist auch gut. Die hilft einem aber im Management von Finanzen nicht so gut. Deswegen gibt es noch diese zweite Theorie, die Drei-Säulen-Theorie, die ich euch hier mit nahelegen will. Die hat eher so einen Fokus auf den Mix eurer Finanzierungsarten und auf die Art eures Fundraisings. Die ist also ein bisschen mehr praxisüblich sozusagen. Da guckt man so ein bisschen rauf. Aber beide sagen dasselbe und sie sind auch ineinander überführbar. Das ist also gar kein Problem. Aber sie gucken aus einer unterschiedlichen Richtung. Wir gehen mal kurz in die Viersphären-Theorie. Die kennen vielleicht viele von euch auch. Also immer, wenn ihr etwas tut, egal was ihr tut, auch jetzt gerade, seid ihr in einer dieser vier Sphären gerade unterwegs. Also es gibt immer nur diese vier Sphären und jede Aktivität von euch ist dem auch zuzuordnen. Und das Finanzamt verlangt auch, dass ihr das am Ende des Jahres macht. Also dass ihr all eure Aktivitäten, all eure Kosten, all eure Ausgaben und Einnahmen in diese vier Sphären zerlegt. Und genau sagt, wir haben so viel da gemacht, wir haben so viel da, wir haben so viel da, wir haben so viel da. Das ist die Logik des Finanzamts. Und es kann sehr unterschiedlich sein, wo man hier ist. Also wenn man zum Beispiel einfach heute hier sitzt, um ein bisschen was zu lernen, einfach so, dann ist man wahrscheinlich im ideellen Bereich. Warum? Weil man im Bereich der Personalkosten ist, also der eigenen Personalkosten für eure Organisation. Ihr bildet euch fort, sozusagen. Wenn man aber mit dem klaren Ziel hergekommen ist, zum Beispiel, ich will jetzt einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb machen, dann könnte man sogar sagen, diese Zeit, die ihr hier gerade verwendet, ist zur Vorbereitung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs und dem sozusagen, dem sogar schon zuzuordnen. Also das heißt, es kommt auch immer auf die eigene Intention an und das, was dahinter steckt. Und ich will noch mal kurz einmal reingehen, was das ist. Und ihr habt ja auch die ganze Links dann sozusagen. So könnt ihr später auch nachgucken. Der ideelle Bereich, das wisst ihr, das ist der Kernbereich der Gemeindesinnungsorganisation. Das sind eure Gemeindesinnungszwecke, die ihr direkt verfolgt. Das ist auch die Grundvoraussetzung für die steuerliche Anerkennung. Ein Zweckbetrieb ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zur Einnahmeerziehung. Das hat der ganz gemeinsam mit dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Das ist genau, genau so ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zur Einnahmeerziehung. Der Unterschied zwischen beiden ist eigentlich bloß, dass der Zweckbetrieb direkt satzungsgemäße Zwecke verfolgt. Bildung, Kultur. Und das muss der steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetrieb nicht. Aber ansonsten sind es identische wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Sie unterscheiden sich nur in der Zweckrichtung. Und deswegen ist der eine steuerbegünstigt und der andere eben nicht steuerbegünstigt. Und die Vermögensverwaltung, ja, das ist die Nutzung des Vermögens, das war hier mal beiseite, ist für uns heute noch nicht so interessant. Und ich will auch noch einmal kurz sagen, was ist denn jetzt so ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb? Jetzt denkt ihr so, was ist denn das? Diese Definition kommt übrigens nicht aus der Gemeinnützigkeit. Also der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in einer NGO ist genau derselbe wie in einem normalen Unternehmen. Das ist eine Definition, die kommt aus dem Steuerrecht und die sagt, ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbstständige, nachhaltige Tätigkeit. Das bedeutet, man macht sie öfter, nicht nur einmalig. Nachhaltige Tätigkeit, also öfter, man ist auf Wiederholung angelegt. Und es werden dort Einnahmen generiert oder andere wirtschaftliche Vorteile. Also auch tauschen. Ihr müsst nicht unbedingt Geld haben, wenn euch jemand einen Vorteil sozusagen für diese Sache, die ihr tut, gibt, dann ist das auch ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Es ist nicht relevant, ob ihr Gewinn erzielen wollt. Das spielt für die Einordnung keine Rolle. Und ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ihr geht jetzt los in irgendein Bundesministerium und erklärt denen mal, wie man, ja, was man machen könnte, um unsere Demokratie wehrhafter zu machen. Ja, ihr beratet da den Minister vielleicht direkt persönlich und die gucken sich das an, die hören euch zu und dann geht ihr wieder nach Hause. Und ihr kriegt kein Geld dafür. Dann ist das ideeller Bereich. Ja, ihr habt euren Bildungszweck verfolgt am Ende. Ja, ihr habt Personen gebildet, ihr habt kein Geld direkt von der Person gekriegt. Wenn ihr denen aber danach eine Rechnung schickt und die, die bezahlen, dann wart ihr im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ja, und das ist genau der Unterschied. Also die Tätigkeit hat sich nicht verändert. Ihr habt in beiden Fällen dasselbe gemacht. Was sich verändert hat, ist, wo das Geld hergekommen ist. Ja, in dem einen Fall ist das Geld, habt ihr das Geld aus eurer Organisation genommen. Also ihr wart ja schon bezahlt, als ihr da hingegangen seid oder ihr werdet bezahlt. Also irgendein anderer Förderer hat es bezahlt oder es kam auf jeden Fall aus eurer Organisation. Und im anderen Fall, wo ihr die Rechnung geschrieben habt, kam das Geld dann im Prinzip vom Bundesministerium. Und das hat sich verändert. Ja, also die Finanzierung der Tätigkeit hat sich verändert. Die Tätigkeit hat sich gar nicht verändert an der Stelle. Und in dem Fall wäre es tatsächlich, was eine Beratung ist, auch ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Hätte der da jetzt einen Vortrag gehalten, wäre es ein Zweckbetrieb gewesen, sozusagen. Aber Beratung wird gemeinhin als steuerpflichtig eingeordnet. Da gehen wir heute nicht so direkt drauf ein. Könnt ihr aber gerne noch Nachfragen zu stellen. Aber damit ihr mal seht, da ist jetzt überhaupt nichts Großartiges, weil es verändert auch nicht unbedingt eure Tätigkeiten, sondern die Frage ist, wer zahlt dafür? Und das macht auch den Unterschied zwischen der Einordnung und auch am Ende zwischen der steuerlichen Einordnung. Und ich komme nochmal zurück auf die vier Sphären hier, einfach um euch gedanklich vielleicht noch einen Störer zu setzen. Wir können mal Folgendes machen. Wir nehmen mal diese drei linken Bereiche so weg und gucken uns nur diesen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb an. Wenn man jetzt mal drauf guckt, was ist denn das eigentlich? Das wäre jetzt ein stinknormales Unternehmen. Ja, so ein stinknormales Unternehmen macht einfach nur steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Das ist das, was Unternehmen machen. Und wenn du jetzt gemeinnützig bist, dann machst du eben noch die drei Sachen dazu. Ja, also wenn man es jetzt überspitzt formuliert, dann könnte man sagen, Non-Profit ist ein Unternehmen, das auch gemeinnützig sein kann. Ja, und gemeinnützige Tätigkeiten haben kann und vor allen Dingen sie überwiegend haben kann. Und so ist es auch in den meisten Fällen von euch. Überwiegend seid ihr in den ideellen Zweckbetrieb und Vermögensverwaltung unterwegs. Und jetzt noch eine Sache vielleicht. So beginnt jede eurer Organisation. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber wenn ein Verein gegründet wird oder eine GmbH oder was auch immer, dann sind die immer erst mal nicht gemeinnützig. Am Tag der Gründung haben die keine gemeinnützigkeit. Die haben die erst danach. Wenn die nämlich nach der Gründung zum Finanzamt gehen und sagen, guck mal, das haben wir übrigens vor, dann kommt das Finanzamt und sagt, okay, ihr kriegt die Gemeinnützigkeit. Ihr dürft also diese steuergünstigten Tätigkeiten tun. Ja, also egal, was ihr heute seid, ihr wart mal kurz. So. Und dann kam das tatsächlich dazu. Das kann man sich vielleicht auch mal so ein bisschen verinnerlichen an der Stelle. Okay. Jetzt springe ich nochmal in einen zweiten Teil, nämlich in die Drei-Säulen-Theorie. Ihr erinnert euch, wie viele zwei Arten, wie man so aufgucken kann auf die Finanzierung von einer Non-Profit. Und hier geht es jetzt eher so ein bisschen auf Richtung Finanzierungs-Mix und wie wir Fundraisen. Und ihr kennt diese drei Arten wahrscheinlich. Also man kann so drei Arten von Mitteln in der Organisation haben. Das eine ist die langfristige institutionelle Förderung. Ups. Falsche Richtung. Und das ist auch das, was man am liebsten hat. Also die Förderung, die zur Deckung der gesamten Ausgaben der Non-Profit gefördert wird, die Institution als Ganzes, ihre gesamte Tätigkeit. Super. Wir brauchen keine dicken Verwendungsnachweise. Wir müssen nicht alles haarklein, wie in der Projektförderung machen. Das ist aber auch am schwersten zu bekommen. Das kennt ihr auch. Das gibt es ganz selten oder zumindest nicht im großen Umfang für die allermeisten. Dann gibt es die Projektförderung. Ihr müsst schwierig wieder auch ein Projekt irgendwo beantragen. Dann kriegt ihr genau für dieses Projekt zeitlich begrenzt und auch für die Aktivitäten begrenzt Gelder. Und alles, was da nicht reinpasst, kann man auch nicht abrechnen. Es werden also nur bestimmte Tätigkeiten finanziert. Und dann gibt es die steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe oder die Zweckbetriebe. Das sind halt Gegenleistungsgeschäfte. Das heißt, die Bezahlung hat man eben schon erfolgt aufgrund einer erbrachten Leistung. Ihr habt also was getan und werdet dafür bezahlt. Und das Spannende jetzt ist, wenn man an die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe denkt, ist, dass sich je nach Ausprägung dieser einzelnen Säulen in unterschiedlicher Mix ergibt. Also wie stehen die Säulen in einer Organisation zueinander. Und ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, wenn man einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hat, die eigene Finanzierung diverser wird. Also man kann sich angucken, wie viel möchten wir davon machen. Aber im Grundsatz, eine weitere Finanzierungssäule zu haben, macht erst mal eine Finanzierung diverser und damit in der Regel auch weniger anfällig. Also das ist tatsächlich ein Aspekt. Und dann hängt es auch von der eigenen Präferenz ab. Es hängt auch davon ab, welche Tätigkeiten möglich sind in eurem Kontext, wie groß diese Säule tatsächlich ist. Und wichtig ist aber, dass man als Organisation so ein Bild hat. Also so ein Bild, wie wollen wir eigentlich diese Verteilung haben? Und hier kann ich euch nur ermuntern, darüber nachzudenken, wenn ihr sie noch nicht habt oder nur sehr klein, mal für euch einfach einen Punkt festzulegen. Also wie groß hätten wir denn das gerne? Um dann auch tatsächlich auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Gut, das so ein bisschen zur theoretischen Einordnung und wo wir herkommen und zu den Mythen. Und jetzt springen wir mal die nächsten Minuten noch einmal kurz, wie macht man das denn jetzt? Also wie fängt man denn jetzt eigentlich an? Und es gibt eigentlich zwei Richtungen, die man machen muss. Das eine ist, man muss einen Kreationsprozess machen. Das zweite ist, man muss das dann aufbauen und professionalisieren. Und hier ist mir wichtig, dass ihr das auch wirklich also mitnehmt, das ist ein Kreationsprozess. Das ist also nichts, was man irgendwo nach, also nachgoogelt, das Ergebnis. Sondern man muss sich wirklich hinsetzen und überlegen und man braucht verschiedene Denkansätze. Das ist also was, das kennt ihr auch von Kreation, man setzt sich irgendwie zwei Wochen hin, es kommt nichts bei raus und dann hat man eine Minute drüber irgendwie beim Suchen drüber nachgelassen und dann fällt einem alles ein. Das ist ein echter Kreationsprozess. Und deswegen will ich euch einfach mal ein paar Denkrichtungen geben. Also wie kann man sich gedanklich dem nähern? Aus welchen Richtung könnte man gedanklich denken, damit man so ein so ein Geschäftsbetrieb, damit einem so was einfällt, was man machen kann. Das ist nämlich gar nicht so trivial. Okay, Ansätze für den Kreationsprozess. Also zunächst kann man mal so ein bisschen gucken, wenn man nach Aktivitäten sucht, einmal nach so Schlagworten wie Umsatz- und Ertragserwartung von einer Tätigkeit und die Nähe zur Kernaktivität. Also wenn man so überlegt, was könnten wir alles machen? Also wir könnten beraten, wir könnten vielleicht Fortbildungen machen. Also guckt man mal so ein bisschen, wie sind eigentlich die Umsatz- und Ertragserwartung davon und wie hoch ist die Nähe zu den Kernaktivitäten? Und wenn man in diese Richtung denkt, naja, dann ist es natürlich super, wenn man eine hohe Umsatz- und Ertragserwartung hat und eine hohe Nähe zu den Kernaktivitäten. Also weil das ist ja eh die Sachen, die ihr schon verfolgt und die ihr wichtig findet, die ihr relevant findet und wenn sich das noch verbindet mit einer Einnahmenmöglichkeit, dann ist es doch super. Wir hatten vorhin das Beispiel, wir beraten das Bundesministerium. Es ist sowieso gut, wenn wir Politik ein paar Sätze sagen können und wenn die uns dann noch dafür bezahlen, dann matcht das doch eigentlich sehr gut. Ja, das ist eigentlich eine schöne Sache. Dann gibt es natürlich noch den Fall, die Nähe zu den Kernaktivitäten ist nicht so hoch, aber es gibt halt Geld. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine überlegenswerte Kombination, wo man sagt, naja, das hat schon noch was mit unseren Kernaktivitäten zu tun, aber wir können, es ist jetzt gleich nicht ein Nummer eins, aber wir können damit umsetzen und Erträge generieren und können diese Erträge benutzen, um andere Aktivitäten quer zu finanzieren. Das ist also auch ein Aspekt, wo man sagen kann, ja, in die Richtung kann man denken. Und dann gibt es natürlich auch noch die Logik, dass ich, dass ich sage, ich habe hohe Nähe zu den Kernaktivitäten, aber sehr geringe Umsatz- und Ertragserwartungen. Das geht auch, sozusagen, hat halt den Nachteil, dass nicht viel bei rumkommt und das, also wenn du wenig Umsatz- und Ertragserwartungen hast, dann hast du auch meist wenig Aktivität, weil das hängt ja zusammen. Es ist ja ein Leistungs- und Gegenleistungsgeschäft, also wenn du wenig machst, wenig Geld kriegst, dann hast du auch wenig gemacht dieser Zusammenhang ist sehr häufig so, aber auch das geht. Was natürlich keinen Sinn macht, ist irgendwie, ich habe keine Erwartungen an Umsatz- und Ertragung, das hat auch nichts mit meinen Kernaktivitäten zu tun, also da braucht man nicht so richtig hingucken. Das ist eine Richtung, wie man sich mal so Aktivitäten angucken kann. Das Zweite ist, man kann mal systematisch sichten, welche Anfragen kriegen wir eigentlich immer wieder per E-Mail, auf einer Konferenz, per Telefon, von was fragen uns die Leute eigentlich, was wir können. Und da könnte so was sein, wie macht ihr eigentlich auch Fortbildung zu dem Thema oder beratet ihr eigentlich auch oder könnt ihr uns helfen, das und das umzusetzen bei uns. Das können so Fragen sein, die euch darauf hinbeuten lässt, was andere bei euch an Fähigkeiten vermuten. Oder könnte von eurem Team jemand mal zu uns kommen und uns dabei unterstützen. Also einfach mal systematisch eure Dinge, die man an euch heranträgt, mal sichten. Warum ist das interessant? Ihr könnt daraus entdecken, sozusagen, was andere bei euch vermuten an Kompetenzen. Und das ist manchmal erst mal wichtiger als das, was ihr wirklich könnt. Also ganz häufig ist es so, dass bei euch Fähigkeiten und Aktivitäten vermutet werden, die ihr vielleicht noch gar nicht könnt oder gar nicht gemacht habt, aber andere vermuten die. Und das kann ein Ausgangspunkt sein, von dort ein Angebot zu entwickeln. Ja, es ist auch wieder eine Denkrichtung, wie man sich dem nähern könnte. Falls ihr im Hintergrund so ein kleines Schreien hört, dann ist das mein dreimonatiger Sohn, sozusagen, der ein bisschen rumklärt, sozusagen, also nicht davon stören lassen. Dann, eine dritte Art und Weise, wie man sich dem nähern kann, ist, wir suchen mal nach Ressourcen und Zugängen, auf die wir vielleicht einen exklusiveren Zugriff haben als andere. Das kann spezieller Kontakt sein. Ja, also ihr habt spezielle Kontakte irgendwo hin, die einfach nützlich werden, um eine Idee zu entwickeln. Oder ihr habt eine bestimmte Infrastruktur. Ich habe zum Beispiel mal ein Umweltbildungszentrum aufgebaut, das hat ein Stück Land. Und wir haben Umweltbildung zu Zugvögeln dort gemacht. und zwar im April gab es die Störche und im Herbst gab es die Kraniche und dazwischen war irgendwie nicht viel los. Und dann habe ich gesagt, nein, dann lass uns doch eine Gemüsegärtenreiter dazwischen packen, die passt gut ins Jahr dazwischen und außerdem haben wir ein Stück Land. Also wir hatten ein Stück Land. Es kann auch ein schönes Büro sein oder Räumlichkeiten. Es kann also irgendeine Infrastruktur sein, die euch vielleicht zur Verfügung steht. Es kann auch ein guter Zugang zu einer bestimmten Zielgruppe nochmal sein. Also ihr habt besondere Zugänge zu bestimmten Zielgruppen. Das sind meist Akteure, mit denen ihr eh vielleicht in der idealen Tätigkeit zu tun habt. Aber vielleicht, also das unterscheidet euch. Ihr habt diesen Zugang. Ich habe den vielleicht nicht gerade, sondern ihr habt den vielleicht. Und Wissen kann das sein und auch gutes Personal kann das sein. Gutes Personal, damit meine ich eigentlich im Wesentlichen, also Leute, die eine bestimmte Fähigkeit haben, zum Beispiel Selten ist. Und das ist damit gemeint sozusagen in diesem Kontext hier. Also auch eine Denkrichtung, wie wir das Ganze mal angucken könnten. Und eine letzte will ich euch noch geben. Man kann einfach mal bei der Konkurrenz gucken. Die Konkurrenz steht hier natürlich in Anführungsstrichen, weil es meistens keine echte Konkurrenz ist. Aber man kann einfach mal gucken, was machen andere. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist einer der größten Triebkräfte. Also weil die wenigsten sind die, die jetzt alles kreieren und sich ausdenken. Es gibt eine viel größere Gruppe, die einfach klug kopiert. Ja, also das ist ein ganz probates Mittel. Also mal gucken, was die anderen machen. Warum? Man kann daraus ein bisschen ableiten, funktioniert es. Also wenn andere etwas dauerhaft machen, dann ist das zumindest ein Indikator, dass es funktionieren könnte. Und man kann, wenn man Konkurrenz anguckt, dann guckt man nicht nur deutschlandweit, guckt man international. Also ganz viele Entwicklungen sind andere Länder vielleicht ein paar Jahre vor uns. Da kann man auch mal gucken, was gibt es da an Aktivitäten oder was macht da eigentlich Zivilgesellschaft und auch die Richtung. Und jetzt habe ich euch mal vier Denkrichtungen gegeben für den Kreationsprozess. Es gibt bestimmt auch unendlich viele weitere. Aber es bleibt dabei, es ist ein Kreationsprozess und ihr müsst euch dem so gedanklich nähern und das tatsächlich ausprobieren. Und wenn man das dann aufbaut und dann sind wir auch gleich durch und gehen auf eure Fragen zu dem Thema ein, noch ein paar Vorbemerkungen. Es ist normal, wenn man das, was man anbieten kann, nicht direkt beherrscht. Um es mal ganz praktisch zu machen, also falls ihr mal jemanden beraten wollt, dann ist es nicht unüblich, dass ihr keine Ahnung habt, wie man berät oder wie man Angebot schreibt. Das ist normal. Also das ist vor allen Dingen kein Grund, es nicht zu machen. Also ich habe manchmal das erlebt, dass Leute sagen, wir würden gerne beraten, aber wir können das ja gar nicht. Ja, das ist normal. Das ist der normale Zustand. Also wenn ihr feststellt, ihr könnt es nicht, dann ist das kein Grund dagegen, sondern es zeigt, es könnte ein guter Neuer, das könnte was Gutes Neues sein. Ihr müsst natürlich die Bereitschaft haben, das zu erlernen. Ja, also das ist der entscheidende Punkt. Nicht, ob ihr was könnt oder nicht, das ist nicht so relevant, sondern ob man den Willen hat, sich beizubringen. Und wenn man den hat, dann ist das meist machbar. Wenn man den nicht hat, dann sollte man es nicht machen. Also der Wille ist tatsächlich hier der entscheidende Punkt. Und wichtig in Lernkontexten ist, schnell ausprobieren, ganz lange überlegen. Also gerade, wenn man keine Ahnung hat oder wenn man es noch nicht gut kann, dann geht es eigentlich darum, so schnell wie möglich alle Fehler zu machen. Und die Fehler mache ich halt nur, wenn ich mich wirklich rein stürze, sozusagen. Es geht darum, in kurzer Zeit alle Fehler ein, zwei, drei Mal zu machen und daraus zu lernen und das dann irgendwann zu beherrschen, was man da tatsächlich anbieten will. Und deswegen lieber hier tatsächlich Geschwindigkeit an den Tag legen, damit man diese Fehler eben schnell gemacht hat. Und wenn man es dann praktisch aufbaut, fängt man, und das ist es, mehr ist es tatsächlich nicht, dann fängt man an mit dem Produktportfolio. Das ist das, was wir gerade gemacht haben, die Kreation, zu überlegen, was kann denn das tatsächlich sein. Und das ist das Produktportfolio entwickeln, also abgeleitet, die Idee, was wollen wir vielleicht anbieten, ist es eine Fortbildung, ist es eine Beratung, ist es, was auch immer es in eurem Kontext ist, das ist gar nicht so wichtig, aber die Kreation sozusagen zu machen, daraus erst mal ein kleines Portfolio zu machen, dann es zu vertreiben. Und da gibt es sehr unterschiedliche Wege, wie man das machen kann, entweder durch die Zugänge, die ihr habt, oder Social Media, oder Webinare, oder, 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 oder. Aber entscheidend ist, man muss es dann auch vertreiben. Also wenn man es nicht macht, also wenn man es nur entwickelt und sitzt zu Hause und wartet, dass jemand kommt, dann wird das schwierig. Deswegen im Übrigen, nochmal ein kurzer Exkurs, ist es so hilfreich, wenn ihr guckt, was wird bei euch immer angefragt. Wenn euch also Leute schon nach etwas anfragen, dann braucht man nicht so viel dahin vertreiben, sondern dann erkennt man, okay, draußen denkt man, wir können das schon. Es werden also immer wieder Anfragen nach etwas kommen. Und deswegen ist das ein guter, guter Hinweis, weil offensichtlich habt ihr schon etwas vertrieben mit eurer Marke nämlich, was ihr noch gar nicht anbietet. Ja, das ist also, das ist die Umkehrung. Wenn euch jemand etwas anfragt, könnt ihr das, dann habt ihr offensichtlich schon am Markt die Kompetenz vertrieben, aber habt gar kein Angebot dafür. Und zuletzt dann natürlich auch die Leistung erbringen und dort gilt dasselbe wie immer. Da macht man Fehler. Könnt ihr immer von ausgehen. Das heißt, ihr werdet auch schlecht leisten oder nicht ausreichend gut. Das ist aber auch kein Problem. Das muss halt einfach nur besser werden. Also das muss man tatsächlich üben. Auch dort geht es vor allen Dingen und wiederholen und üben. Okay. Und letzte Folie. Ein paar Dinge, auf die man achten soll, vor denen man aber keine Angst haben soll. Das ist mir jetzt wirklich sehr wichtig, weil dieses Thema wird ganz häufig mit Ängsten vertrieben auch und auch die Gemeinnützigkeit und so. Und da habe ich am Anfang schon viel zu gesagt. Da ist wirklich ein großes und breites Spektrum an Möglichkeiten. Das ist nicht das Problem. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Dinge, auf die man achten muss. Ganz im Ernst müsst ihr aber sonst auch. Also es ist nicht dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb eigen, dass man auf etwas achten muss. Ihr müsst auch in sonst in eurer Arbeit auf Dinge achten. Das ist hier nicht anders. Langfristig muss der Gewinn machen. So langfristig heißt, ich sage mal so drei bis fünf Jahre. Das heißt, auch nicht jedes Jahr muss der Gewinn machen. Der darf auch Verluste machen. Verluste kann man verrechnen. Aber es muss langfristig muss das Gewinne abwerfen. Es ist jetzt nicht so ein hartes Kriterium, finde ich, weil ganz ehrlich, wenn das langfristig kein Gewinn abwerfen, warum sollen wir es dann machen? Also wenn dann nicht mal ein Euro rauskommt, am Ende der übrig bleibt. Ja, die Aktivitäten haben wir auch schon festgestellt. Die sind schon sehr, sehr wertvoll. Also die Beratung des Bundesministeriums, das ist eine sehr, sehr wertvolle Tätigkeit. Aber wenn dann noch ein paar Euro Gewinn für uns übrig bleiben, dann ist es auch nicht schlecht. Also das ist jetzt kein schlimmes Kriterium. Man muss halt darauf achten, dass man keine Verluste macht. Wenn man nämlich grundsätzlich immer weiter Verluste macht, dann kann das tatsächlich zur Schwierigkeit für die Gemeinnützigkeit werden. Aber es ist auch nicht gleich weg. Dann redet man mit Finanzamt. Also Steuerprüfer sagt dann, ja, warum wollen Sie denn dann mal jetzt Gewinn machen? Habe ich alles schon gesehen. Also Kriterium langfristig Gewinn. Man braucht eine ordentliche Buchhaltung. So, ganz ehrlich, das braucht man sonst auch. Weil ihr erinnert euch, ihr müsst eure Tätigkeit nach den Sphären abgrenzen. Naja, das verlangt der Gesetzgeber genauso für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und auch für den Zweckbetrieb, dass ihr genau sagen könnt, welche Kosten, welche Aufwendungen hatten wir für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe, welche Einnahmen hattet ihr für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe. Dann macht man da eine Gewinnermittlung raus. Aber dazu brauchst du so ein bisschen Buchhaltung, dass man das ordentlich verorten kann. Das ist aber auch keine Rocket Science. Man muss Angebote schreiben lernen. Ja, das ist, also ihr wollt etwas anbieten, eine Leistung, in welcher Form auch immer. Das muss man üben. Das muss man einfach machen und lernen. Das ist eine der durchaus herausfordernden Sachen. Da geht es nämlich auch um die Preissetzung. Und Preissetzung ist durchaus ein schwieriger und auch für ein Erfolg sehr entscheidend. Wenn man den Preis immer zu niedrig setzt, dann wird es schwer, Gewinne zu machen. Wenn man zu hoch setzt, wird es schwer, Kunden oder Kunden zu finden. Also das heißt, das Pricing ist tatsächlich ein Punkt und der kommt halt im Angebot, Kalkulation und Angebot. Gut kalkulieren steht hier. Also auch das, man muss ein bisschen Gefühl haben über die Aufwände. Und man muss am Ende gute Leistungen erbringen, vor allen Dingen, wenn man es dauerhaft gut am Markt anbieten wird. Also man kann immer mal eine Sache machen, aber wenn man dauerhaft erfolgreich sein will, dann wird man über einen längeren Zeitraum gute Leistungen tatsächlich erbringen müssen. Und in dem einen oder anderen Fall kann es Sinn machen, eine Versicherung zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich viel mit Leuten zu tun habe im Veranstaltungsbereich oder so, dann hat man halt eine Personenversicherung, falls jemand umfällt oder irgendwo drüber stolpert. Wenn man viel berät, dann hat man vielleicht eine Beratungshaftpflicht gegen Falschberatung. ist es nicht so wahnsinnig viel, aber es kann in Einzelfällen die ein oder andere Versicherung sinnhaft werden. Und das war es auch erstmal und dann sage ich erstmal bis hierhin danke und bin ganz gespannt auch auf eure Fragen und unseren Diskurs jetzt. Ja, danke auch von meiner Seite, Klaus. Es gibt ja auch schon verschiedenen Dank im Chat und genau, ich würde jetzt schon mal an alle die Fragen sammeln, die ich schon, nee, die Fragen vorlesen, die ich schon gesammelt habe, so rum. und als allererstes der wichtigste Input aus dem Chat war einen herzlichen Glückwunsch zu deinem Sohn. Man hat ihn zwar leider nicht gehört, aber es gab Freude darüber. Dankeschön. Das ist natürlich keine Frage, sondern nur ein Feedback. Ja, es gibt ein paar detailliertere Fragen und ein paar allgemeinere. Ich werde jetzt nicht genau in der gleichen Reihenfolge vorlesen, wie sie im Chat waren, aber keine Sorge, eure Fragen nicht vergessen. Genau. Und zwar gab es die Bitte, nochmal die Abgrenzung zwischen Zweckbetrieb und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb detaillierter anzuschauen und zwar auch gerne mit Beispielen und Satzungszwecken. Also das Beispiel von einer Person, Nina, war, dass der Satzungszweck zum Beispiel Sport ist und sie bietet Weiterbildungen an. Aber ob es da vielleicht einfach, um das nochmal ein bisschen klassischer zu bekommen, du da noch Beispiele hast. Ja, also der entscheidende Punkt ist, egal was ich jetzt sage, ist, man muss sich jeden Einzelfall am Ende angucken. Also das heißt, wenn ihr das am Ende macht und ihr nicht selber zum Ergebnis kommt in dem Einzelfall, dann geht ihr zu eurem Steuerberater und fragt ihn, wenn ihr das Gefühl habt, der hat keine Ahnung, dann fragt ihr das Finanzamt. Also ihr ruft wirklich, ihr ruft beim Finanzamt an. Da gibt es, glaubt ihr nicht, richtig nette Menschen. Also alle Finanzbeamten, die ich getroffen habe, waren nett bisher und hilfsbereit und finden gemein zu Sachen gut. Ja, also tatsächlich so und hier ist es einfach so, der Zweckbetrieb verfolgt direkt, direkt die satzungsgemäßen Zwecke und das heißt hier zum Beispiel, wenn du jetzt nur Sport hast, ja, wenn du nur Sport hast, dann muss deine Bildung zwangsläufig was mit Sport zu tun haben. Ja, also sozusagen, dann müsste deine Fortbildung was mit dem Sport zu tun haben. Die Fortbildung sind grundsätzlich, also Fortbildung sind Zweckbetriebe, ganz schön, wenn sie mit dem Zweck Bildung verbunden sind sozusagen. Also das heißt, wenn du den Zweck Bildung hast und machst Fortbildung, dann bist du immer fein, immer fein raus, solange es eine Fortbildung ist. Wenn du es jetzt über Sport machst, dann muss halt ein sehr starker Sportbezug sein. Sport ist einfach ein bisschen enger als Bildung. Das kann man tatsächlich sehen. Aber ich bleibe so ein bisschen bei meiner Kernaussage. Warum? Weil ich will euch ja, also mir geht es darum, dass ihr in Zukunft immer sozusagen einen guten Weg habt, wie damit umgeht. Das heißt, wenn ihr euch eine neue Tätigkeit überlegt, dann guckt ihr erst mal, kann man die über unsere Satzungszwecke definieren. Wenn das nicht ganz klar ist oder unsicher ist, dann geht man zum Steuerberater und sagt, guck mal, ich glaube hier, das ist eine Tätigkeit, die passt eigentlich mit unserem Zweck zusammen. Holt euch da eine Bestätigung im Zweifel. Wenn ihr das Gefühl habt, der Steuerberater hat keine Ahnung, ruft ihr beim Finanzamt an. Ja, und man kann das auch sogar am Ende formalisieren. Ja, also das heißt, das Finanzamt bietet auch einen Antrag auf eine verbindliche Auskunft an. Das heißt, ihr reicht es sogar schriftlich ein und dann gibt es so eine Bestätigung, so eine richtige, echte Bestätigung. Also ihr schreibt dann, was ihr tun wollt, ihr schreibt rein, ich möchte gerne die und die Fortbildung zu dem Zweck und das und das machen. Ich glaube, das müsste ein Zweckbetrieb sein. Siehst du das genauso. Kannst du sogar über Elster abschicken. Also wenn ihr eine Elster- Steuererklärung zum Beispiel macht, dann müsst ihr mal gucken, da gibt es einen Antrag auf verbindliche Auskunft. Kannst du sogar, also das ist sozusagen ein Formular und das Finanzamt muss sich dazu auch äußern. Manchmal gibt es Finanzämter, die haben keinen Bock dazu. Das muss man auch sagen. Die allermeisten schon, aber manchmal gibt es, die sagen so, oh nee, wir wollen keine verbindliche Auskunft machen. Dann haben die keine Lust, sozusagen die Verbindlichkeit herzustellen, weil das Tolle an so einer verbindlichen Auskunft ist, da kann später niemand mehr kommen und was anderes brauchen. Solange ihr das macht, was ihr beantragt habt, könnt ihr mal sagen, ja, habe ich ja bestätigt bekommen. Also ihr habt kein Risiko mehr in der Tätigkeit. Und manche Finanzämter haben einfach keine Lust, manchmal diesen Antrag zu machen. Deswegen sagen die euch dann am Telefon, oh nee, wir wollen keinen verbindlichen Auskunft machen. Dann schickt ihr trotzdem ein. Dann haben die nämlich keine Wahl. Sie müssen sich zu Anträgen verhalten. Die können die nicht einfach wegschmeißen. Und so kriegt ihr dann Sicherheit. Mache ich auch ganz häufig. Also natürlich gibt es viele Dinge, die weiß ich oder die habe ich gelernt. Da weiß ich schon, boah, das ist wahrscheinlich 95 Prozent okay. Aber wenn ich ganz sicher gehen will, bei Steuerberater und Finanzamt und was auch nochmal hilft und dann höre ich auch auf zu reden, ist einzuschätzen, wie groß ist jetzt eigentlich das Risiko? Also wenn ihr jetzt mal irgendwie ein paar Fortbildungen anfangt, dann ist das noch kein echtes Risiko, weil das Schlimmste, was passiert ist, dass es steuerlich später anders bei einer Prüfung eingeordnet wird, du musst eine Steuernacht zahlen. Wenn ihr das aber im Umfang von zwei Millionen Euro pro Jahr macht, dann ist es natürlich viel größeres Risiko, als wenn wir mal das für 15.000 oder 20.000 gemacht haben. Das heißt, in kleineren Kontexten könnt ihr euch auch einfach erstmal entscheiden, wir machen das und ihr macht dann mit der Steuererklärung des Jahres, sagt ihr dem Finanzamt auch übrigens, wir haben das und das dieses Jahr gemacht, wir haben das so eingeordnet, jetzt siehst du das genauso. Ja, also das heißt, man geht zwar erst mal das Risiko ein, man sagt es aber mit der Steuererklärung dem Finanzamt und wartet dann, wie sie sich dazu verhalten. Das ist auch eine Möglichkeit, dieses Risiko dann im Nachhinein bewertet zu kriegen oder aufheckt zu kriegen. Ich hoffe, das hilft. Ja, danke. Da kam jetzt direkt eine Antwort drauf und zwar, genau, dass das ein guter Tipp ist, aber dass es auch die Erfahrung gab, dass das Finanzamt darauf hinweist, dass man zur Steuerberatungsfirma gehen soll, aber der Steuerberater nicht unbedingt eine Ahnung hat und die Rechnung dann bei knapp 500 ist. Aber da entnehme ich jetzt deinen Beitrag, dass man dann einfach den Antrag stellt und dann muss das Finanzamt eine Auskunft geben. Genau, also hier versuchen, also hier versucht, das Finanzamt Arbeitsvermeidung zu betreiben. Das ist das, was man hier sieht und verweist sozusagen an den Steuerberater. Und das kommt gelegentlich vor, das stimmt schon. Das Problem halt ist bei den Steuerberaterinnen, das muss man einfach auch deutlich in Deutschland sagen, es ist einfach so, wenn die eine Ausbildung machen, also wenn die ihre Ausbildung machen und ihre Arbeitserfahrung und ihre dann anfangen, dann ist es einfach so, dass das Gemeinnützigkeitsrecht, also das gemeinnützige Steuerrecht jetzt nicht so angesehen ist, sondern die beschäftigen sich damit, was weiß ich, anderen Steuerarten, weil man da mehr Geld verdienen kann. So auch. Also es ist einfach so, in diesem Kontext kannst du nicht so richtig viel Kohle verdienen, sondern du kannst viel mehr mit Merger und was weiß ich nicht alles und Erbschaftssteuer, da kannst du ganz viel Geld verdienen und sowas nicht alles. Deswegen ist diese Kompetenz für andere Steuerarten deutlich stärker ausgeprägt als sie für Gemeinnützigkeitsrecht. Deswegen ist es schon richtig, dass man immer mal wieder den Eindruck haben kann, dass der Steuerberater das nicht weiß, sozusagen, und dann ist tatsächlich auch das Finanzamt eine echte Option. Das muss man so sagen, weil der Steuerberater, der haftet, also wenn dir der am Telefon irgendwas sagt, dann haftet der am Ende nicht. So ein Du haftest für deine Steuer, sozusagen am Ende und nicht der Steuerberater und du wirst sehen, dass er dir das schriftlich gar nicht geben will, so was er da so sagt. Also insofern bleibt es bei dir, dass du am Ende die Sicherheit darüber hast. Aber nochmal, es ist auch nur eine Steuer. Also nicht vergessen, also es geht dann um die Frage, ob ein Gewinnen versteuert wird. Also ihr macht eine Aktivität für 1.000 Euro, nehmt 1.200 ein. Es geht um die Frage, ob diese 200 Euro besteuert werden am Ende. Das ist das eigentliche Risiko und das Risiko, was da drin steckt, ist im Zweifel eine Körperschaftssteuer von irgendwie 15 Prozent, wenn es eine gewerbliche Tätigkeit ist, noch eine kleine Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Also es ist, es ist auch ein immer noch überschaubares Risiko. Ich will es nicht verhindern, aber man muss auf das Risiko achten, was da wirklich hintersteckt. Also wie schlimm ist das Risiko wirklich? Super, danke. Dann habe ich als nächstes zwei Fragen zu Steuerfreibeträgen beziehungsweise Freikranzen. Genau, weil es gibt ja irgendwie sowas wie Steuerfreibeträge und dass man dann erst ab gewissen Gewinnhöhe Steuern abgeben muss. Und wie weißt du, dass irgendwie die Freigrenzen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind? Die Freigrenze ist 45.000 Euro. Wichtig, es ist kein Freibetrag, sondern eine Freigrenze. Das finden Menschen immer ungerecht. Also das heißt, bist du bei 44.999 keine Steuer sozusagen, also darauf, bist du bei 45.001, also bist du drüber, dann zahlst du auch auf die davor Steuer sozusagen. Das ist der Unterschied zwischen einer Freigrenze und einem Freibetrag. Also wenn du drüber kommst, dann wird das alles am Ende besteuert, wie gesagt, 45.000 ist die. Was passiert dann, wenn man drüber kommt? Das war auch eine Frage. Dann wird besteuert. Das heißt, also in dem Fall wird dann Körperschaftssteuer auf jeden Fall mal fällig und eventuell auch Gewerbesteuer. Und wichtig ist, die Freigrenze ist inklusive der Umsatzsteuer. Also das heißt, das ist nicht der Nettobetrag einer Rechnung, sondern die 45.000 Euro sind schon inklusive der Umsatzsteuer. Also wenn ich berate, ich berate das Bundesministerium einen Tag und nehme dafür 1.000 Euro, dann stelle ich den Netto 1.000 Euro in Rechnung plus 19% Umsatzsteuer. Und was jetzt in die Freigrenze rein zählt, ist die 1.190, nicht die 1.000. Also der Bruttobetrag zählt rein. Das heißt, wenn ihr den Nettobetrag haben wollt, dann müsst ihr die 45.000 durch 1,19 rechnen. Dann heißt es dir den Nettobetrag, den ihr erwirtschaften dürft, um die Freigrenze nicht zu überschreiten. Und hier kommt es jetzt darauf an, ob Umsatzsteuer fällig wird. Und ob Umsatzsteuer fällig wird, hängt immer von der Aktivität ab. Ja, also das heißt, Körperschaftssteuer hängt jetzt nicht von der Aktivität ab, sozusagen, aber Umsatzsteuer im Beispiel der Beratung ist es eine 19-prozentige Umsatzsteuer, weil Beratungsleistungen mit 19% versteuert werden. Bildungsleistungen einer gemeinnützigen Organisation, also wenn du eine Fortbildung machst, werden nicht mit Umsatzsteuer besteuert, sondern sind umsatzsteuerfrei im Grundsatz. Wenn man das wissen will, dann muss man immer bei der Aktivität ins Umsatzsteuergesetz gucken oder den Steuerberater fragen. Also das heißt, dass die Umsatzsteuer geht von der Aktivität aus. Ihr kennt die Diskussion auch von den Hotels und Gaststätten gerade, die mit 19 sind. Es ist einfach durchdefiniert. Es ist einfach im Katalog durchdefiniert. Gastronomiedienstleistungen waren mal 19, dann sind sie zu 7 definiert worden, jetzt wurden sie wieder zu 19 definiert. Das ist also keine, das denkt man nicht, sondern es liest man im Umsatzsteuergesetz tatsächlich nach, das Paragraph, und da steht dann drin Gastronomiedienstleistung so Bildung belehrender Art steht da, also Fortbildung belehrender Art umsatzsteuerfrei. Und so steht es durchdekliniert im Umsatzsteuergesetz. Wenn ihr das nicht wisst und das müsst ihr nicht immer wissen, fragt ihr den Steuerberater. Das ist, also das ist, da fragt man einfach nach. Umsatzsteuerrecht sind die, sind die ziemlich fit. Ja, das können die. Was die nicht so gut können, das ist das mit dem Gemeinnützigkeitsrecht, aber Umsatzsteuer bringen die gut hin. Super, danke. Dann habe ich jetzt noch zwei, ich sage mal, finanzielle Fragen und dann noch eine strategische und zwar erstmal die finanziellen. Also die Person schreibt, ich habe die Info, dass der Gewinn im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nicht höher sein darf als ideeller und Zweckbetrieb zusammen. Und du hattest ja, also ist das noch korrekt, weil du hattest ja im Anfang gesagt, dass diese, okay. Das ist genau diese Gepräge-Theorie, also was du beschreibst, ist, also der Wirtschaftliche darf nicht mehr als zusammen, das ist ein sozusagen, dahinter steckt eine ursprüngliche Idee, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten einer Organisation kein Gepräge geben dürfen. Also es darf eigentlich nicht überwiegend wirtschaftlich tätig sein. Und man hat dann früher gesagt, so ein Drittel, ja, das war so die, das war so die, die Gepräge-Theorie, die gibt es seit 2007 nicht mehr. Also 2007 hat das Bundes, der Bundesfinanzhof das tatsächlich aufgehoben und auch logischerweise, also das, ich weiß gar nicht, warum es das bis dahin gab, weil, weil es macht überhaupt keinen Sinn, sozusagen rein von der Quantität einer wirtschaftlichen Tätigkeit etwas abzuleiten. Sondern es geht vielmehr darum, ist diese Tätigkeit hilfreich für den gemeinnützigen Zweck? Und hilfreich ist jetzt wieder Definitionssache vom Finanzamt, was mal mindestens hilfreich ist, sagt das Finanzamt, ist, wenn Überschüsse von dort gemeinnützig verwendet werden. Das ist hilfreich. Also wenn du schöne wirtschaftliche Tätigkeiten hast, die ein bisschen Gewinn machen und du kannst den Gewinn nutzen, dann ist das hilfreich. Und warum soll es denn dann schlimm sein, wenn es groß ist? Dann hast du ja noch mehr davon. Also deswegen hat man es auch aufgehoben, weil man sagen könnte, also rein die Prozentzahlen anzugucken, ist hier eigentlich, bringt nicht die Punkte. Und deswegen hat man, an was ihr euch halten könnt, ist, dass wenn ihr das macht und es sehr groß wird, muss es ja auch erst mal werden. Also müsst ihr es mal schaffen, das richtig groß zu kriegen. Aber wenn es dann richtig groß ist, dann muss halt regelmäßig Überschüsse von dort auch gemeinnützig verwendet werden. Das heißt, ihr müsst sie wirklich auch mal für gemeinnützige Zwecke ausgeben. Also nicht immer nur die Gewinne nehmen und wieder ins Geschäft reinvestieren. Dann würde sie ja nie verwendet werden für einen gemeinnützigen Zweck, sondern ihr würdet einfach immer die Beratung immer größer machen, die Fortbildung immer mehr. Bei Fortbildung nehme ich zurück, kommt jetzt darauf an, wenn die Fortbildung im Rahmen Zweckbetrieb Bildung ist, dann kannst du es sowieso unendlich machen, dann interessiert es auch gar keinen, ob du überhaupt Gewinne machst. Aber für die rein wirtschaftlichen Tätigkeiten, die im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind, muss dann halt auch mal Geld rübergehen. Aber das kriegen wir auch hin. Also wenn wir da Gewinne machen, dann ist das ja auch schön, dann wollen wir die vielleicht auch zum Teil gemeinnützig in unseren idealen Tätigkeiten verwenden und dann ist es auch okay. Und das gilt auch für gemeinnützige Vereine? Das gilt für alle Körperschaften, die gemeinnützig sind. Immer daran denken, die Gemeinnützigkeit ist keine Rechtsform, es ist einfach nur eine auf Antrag erteilte Steuerbefreiung. Das ist ein Steuerbefreiungstatbestand, den man auch wieder verlieren kann. Die Rechtsform ist nie gemeinnützig, sondern immer nur die Tätigkeit, die man aussübt. Danke. So, dann habe ich noch eine Frage. Wann greift, du hattest ja auch vorhin das mit den Rücklagen erwähnt, das ist auch im Beispiel der Bertelsmann-Stiftung gezeigt und die Frage von Xenia ist, wann greift der Paragraf zu den möglichen Rücklagen und wann müssen Rücklagen zeitnah ausgegeben werden? Also was bedeutet in diesem Zusammenhang zeitnah? Wir machen mal hier ein Beispiel. Wir haben hier mal eine Organisation zur Erklärung, wenn ihr links guckt, da steht eine Jahreszahl immer, das ist das Jahr, dann steht ein E, das sind die Einnahmen in diesem Jahr, dann steht ein A, das sind die Ausgaben in diesem Jahr, dann steht ein G, das ist der Gewinn und V ist das akkumulierte Vermögen, also in dem Fall, wir haben in dem Jahr 2023 500.000 eingenommen, wir haben 400.000 ausgegeben, also haben wir 100.000 Gewinn gemacht, unser Vermögen ist also 100.000, wir haben 100.000 auf der Kante. So, jetzt kommt das Jahr 24, da ist es genau dasselbe, wieder 500.000, 400.000, unser Vermögen steigt dann schon auf 200.000, weil wir haben ja zwei Jahre Gewinne gemacht und dann kommt es ja 25 und wir haben das Siva und so weiter und so fort und die Kernfrage ist ja, hat diese Organisation, also ist diese Organisation, also erfüllt die eigentlich das Kriterium der zeitnahen Mittelverwendung und die zeitnahen Mittelverwendung sagt eigentlich, dass jeden Euro, den du jetzt gerade einnimmst, bis zum übernächsten Jahr am Ende des Jahres ausgegeben sein muss. So, und jetzt können wir uns ja mal fragen, diese 100.000, die da übrig geblieben sind in dem Jahr 23, haben wir die eigentlich bis 25 ausgegeben, ja oder nein? Und hier muss man sich eine Sache klar machen, Geld ist nicht angemalt. Ja, die haben wir ausgegeben, die geben wir nämlich als erstes in 2024 aus. Ja, das ist das, was mit dem Geld passiert. Das heißt, die 200.000 im Vermögen, die im Jahr 24 stehen, sind nicht mehr die 100.000 aus dem Jahr 23. sondern, da wir die 100.000 aus dem Jahr 23 in 24 ausgegeben haben, haben wir im Prinzip 200.000 in 24 gespart. Das heißt, zeitnahe Mittelverwendung ist hier okay. Dasselbe können wir immer weiter fragen und ihr seht jetzt hier selbst eine Organisation, die jedes Jahr 20% ihrer Mittel hier in dem Fall zurücklegt, also nicht ausgibt in dem Fall erstmal, das ist noch keine gebildete Rücklage, aber einfach auf dem Konto gelassen, Überschuss gemacht, Überschuss nicht ausgegeben, Geld angespart hat, erfüllt immer das Kriterium zeitnahe Mittelverwendung und das liegt einfach daran, weil du über, also mindestens mal zwei Jahre Zeit hast, den Euro auszugeben und deswegen vorhin noch meine Rule of Thumb ist, im Grundsatz, bei konstanten, ähnlichen Jahresbudgets kannst du ungefähr das zwei- bis dreifache deines Jahresbudgets an Geld vor dir her schieben, ohne dass die zeitnahe Mittelverwendung wirklich problematisch ist und ganz im Ernst, das schafft doch niemand, also, das ist also ein Problem, was du häufig nicht, was du gar nicht erreichst, weil da musst du wirklich eklatante Gewinne machen. Wann du eher ein Problem hast mit Zeitnahe Mittelverwendung, ist bei stark schwankenden Einnahmen, also stell dir mal vor, du gibst eigentlich normalerweise nur 200.000 im Jahr aus und jetzt hast du in dem einen Jahr, da kommt irgendjemand und weil es so schön ist, gibt dir die zwei Millionen warum auch immer, ja, so, und dann hast du das Problem, da du eigentlich nur 200.000 ausgibst, kriegst du diese zwei Millionen nicht runter und kommst dann in das Problem, so, also das heißt, wenn du, wenn du punktuelle, sehr hohe Einnahmen hast und eigentlich geringe jährliche Budgets, dann entsteht so ein Problem eigentlich. Durch Sparen von 10% deiner Überschüsse, deiner, deiner, deiner Einnahmen entsteht kein Problem der Zeitnahe Mittelverwendung. Ja, das ist dadurch fast nicht produzierbar, sondern eher durch sehr stark schwankende Wissen. Ist das verständlich? Ansonsten fragt bitte auch gern nochmal nach. Also, Xenia hat sich gerade bedankt für die Erklärung im Chat, daher nehme ich an, dass es verständlich ist. Wenn andere Leute dazu noch Nachfragen haben, schreibt sie gerne in den Chat. Ich komme zur nächsten Frage, und zwar von Monika. Empfiehlst du, dass man, also das ist eine strategische Frage, wie man jetzt Geschäftsbetrieb vielleicht sinnvoll angeht, empfiehlst du, dass man Fortbildungen zum Beispiel zuerst kostenfrei anbietet und später dann dafür etwas verlangt und so mit Einnahmen? Nein. Nein, empfehle ich nicht, weil, also ich glaube, dass man grundsätzlich einen Preis setzen kann. Man kann sich dann entscheiden, wie hoch man den setzt und ob man den auch differenziert. Ja, also man kann ja sagen, wir machen sehr niedrige Preise, einfach weil wir Zielgruppe nicht ausschließen wollen zum Beispiel. Das kann, kann eine Argumentation sein, aber ganz umsonst würde ich es eigentlich bei Fortbildungen eigentlich nicht machen, weil ich, ich finde, also ein Preis ist auch eine, eine Art von Wertschätzung und es ist auch häufig das Problem, dass Dinge, die kostenlos sind, als weniger Wert angesehen werden. Und das ist, das ist, da muss man nochmal so ein bisschen gucken, auch beim Preissetzungen. Ja, also wenn ihr einen Preis setzen wollt, ihr denkt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man zu der Idee kommt, was etwas kosten kann. Was ihr alle kennt und was 99% der Leute machen, die gucken auf das, was es kostet. Ja, also man guckt zuerst, was kostet es nicht und leitet dann vom Preis ab. Das ist aber nur eine Art, einen Preis zu setzen. Man kann genauso gucken, wie sieht eigentlich eine Zahlungsbereitschaft draußen aus, ganz unabhängig davon, was es kostet. Ja, also das ist, was möchte ich auch signalisieren? Zum Beispiel möchte ich, möchte ich eine gewisse Qualität signalisieren? Kann hoher Preis auch im Grunde sein? Also es ist einfach so, dass Menschen hinter niedrigen Preisen manchmal auch niedrige Qualität assoziieren. Das kennt ihr, egal was jetzt alle sagen, das kennt ihr manchmal, wenn ähnliche Produkte billiger sind, dann sagen eigentlich, oh, das ist ja nicht so gut. Ja, das wissen wir auch, das ganz stimmt sozusagen, gibt es ganz häufig Untersuchungen, dass der Preis gar nicht ein Hinweis auf die Qualität ist, aber manche Menschen verbinden Preis und Qualität einfach und das wissend, sollte man das auch berücksichtigen. Also was ich damit sagen würde, erstens, ich würde immer einen Preis setzen, man kann ihn ja klein setzen, man kann ihn vor allen Dingen auch differenzieren, also man kann ihn in vier Gruppen differenzieren, also man kann zum Beispiel einen Profits anders besteuern, also einen anderen Preis nehmen als Unternehmen, man könnte auch das abhängig machen von der Größe, man könnte sagen, kommst du aus einem Profit, die Bertelsmann Stiftung ist, das hast du halt mehr, also könntest du Mitarbeiter oder Jahresumsatz auch nehmen, also kannst du so eine Matrix machen, also es gibt verschiedene Dinge und bitte schaut auf andere Aspekte als nur die Kosten. Also guckt nicht nur die Kosten, ist schon wichtig, da mal hingucken, aber das ist auch nur eine Art, wie man einen Preis setzen kann und es gibt noch viele weitere. Danke, ich hoffe Monika und Tommy, das beantwortet eure Frage. Ich komme zurück zu Steuerfragen und zwar, welchen Einfluss hat die neue Umsatzsteuerregelung, die nächstes Jahr kommen soll? Welche, dann brauche ich nachher, welche meinst du? Also was ist da jetzt? Die Kuhsteuer stand im Klammern. Sagt mir nichts. Mir auch nicht. Vielleicht kann die Person TH Prinz dann nochmal kurz erläutern, was gemeint war. Ansonsten, ich habe gerade keine weiteren Fragen. Ihr seid herzlich eingeladen, eure Fragen noch in den Chat zu stellen. Auch gerne ein bisschen privater, also wenn ihr sagt, okay, ich habe hier diesen und diesen Fall und ich würde jetzt gerne mal die Meinung von Klaus dazu hören, dann ist jetzt die Gelegenheit dafür. Also wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, dann können wir auch gleich Schluss machen, aber ich würde jetzt noch einmal kurz warten. Ja, nutzt gerne die Chance. Wir können auch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verlassen, sozusagen. Genau, das ist natürlich auch gut. Also es gibt hier Möglichkeiten. Ihr könnt das auch ausweiten, also nutzt gerne noch die Chance, wenn ihr da Fragen habt. Vielleicht noch kurz, ich habe nochmal kurz gegoogelt zur Kuchensteuer, da geht es um die Frage, dass Kuchenverkäufe dann mit Umsatzsteuer belegt werden, an Schulen zum Beispiel. Das ist, also gleich zwei Dinge. Das ist ganz häufig so, dass gemeinnützige Organisationen oder auch Sportvereine, die machen Bewirtung in irgendeiner Form. Also entweder zum Beispiel beim Grillfest, dann wird Bier und Würstchen verkauft und das sind natürlich, also in dem Fall zum Beispiel beim Sportverein, das sind das eigentlich wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Ja, das sind wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die sind steuerpflichtig in jeder Hinsicht dann sozusagen, wenn du über die Freigrenzen kommst, sowieso, aber das ist eine wirtschaftliche Betätigung. Jetzt muss man immer so ein bisschen vollständig sein. Das ist so, aber man muss auch ein bisschen gucken, wo gucken Finanzämter hin? Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, ja, ihr solltet euch klar machen, dass die Tätigkeit, die ihr macht, möglicherweise mit Steuer belegt wird und dann müsst ihr das auch ordentlich machen und dann könnt ihr auch Umsatzsteuern abführen, dann ist das so. Wenn ihr jetzt ganz korrekt seid, dann müsst ihr das auch tun. Ansonsten weiß ich aber auch, dass nicht alle Organisationen das immer korrekt machen und dann muss man auch immer ein bisschen schauen, wo ist jetzt wirklich das Problem vom Finanzamt. Das Finanzamt möchte am Ende Steuern eintreiben und da geht es jetzt auch nicht um 2,50 Euro. Also das muss man ganz klar sagen. Also ihr müsst es sauber machen und wenn jetzt zum Beispiel auf einer Aktivität ab nächstem Jahr Umsatzsteuer erhoben wird, dann müsstet ihr das machen, wenn ihr korrekt sein sollt. Ansonsten macht ihr euch natürlich. Es ist eine Steuerhinterziehung in gewisser Weise, die ja natürlich auch strafbar ist, aber man muss auch sagen, in diesem Land, also das wird so nicht verfolgt bisher. Also da muss man dann tatsächlich auch gucken, wie man das abbildet und wer das auch machen muss. Also das muss ja auch nicht der Kuchenverkäufer machen, sondern in dem Fall steht ja der meisten Verein mit einem Finanzer hin, entweder Finanzer hinter, der muss sich dann darum kümmern, dass diese Aktivitäten, die man da macht und die jetzt steuerlich anders eingeschätzt werden, eben auch richtig abgebildet werden. Wenn es jetzt der Schulverein ist, der da wieder so einen Kuchenverkauf organisiert. Es ist gut einfach, diese Information, das ist ja eine verändernde steuerliche Betrachtung manchmal, also dass diese Information die Person erreicht, dann sollte sie damit auch ordentlich umgehen. Super, danke. Okay, hier kommt noch etwas. So, kurze Frage nochmal zum Thema Umsatzsteuerbefreiung. von einem gemeinnützigen Verein. Ja. Florian dachte, dass man unter die Kleinunternehmerregelung fällt und deshalb nicht circa 21.000 Euro überschreiten sollte. Ja. Nee, also richtig ist, man fällt nicht automatisch drunter, man muss, man muss und man möchte, man votiert zur Kleinunternehmerregelung. Also das heißt, man selbst sagt dem Finanzamt übrigens, ich votiere zur Kleinunternehmerregelung und dann ist es tatsächlich so, dass man, dass man sozusagen umsatzsteuerbefrei ist an der Stelle. Also das geht, wenn man in diesem Regularien zur Kleinunternehmerregelung bleibt, muss man aber aktiv machen. Also wenn ihr, wenn ihr eine Steuermeldung macht, dann gibt es da so ein, da gibt es da so ein, so ein Haken, ich möchte Umsatzsteuererklärung, Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Und dann steht da auch die Regularien, ich weiß nicht genau, wie viel es jetzt sind, die Zahlen verändern sich auch, du hast es bei 21.000, früher waren es 17.500, dann fällt man da runter. Mir ist wichtiger, sozusagen, dass ihr nicht auf diese, das sind sehr kleinteilige Regelungen. Also das sind sehr kleinteilige Regelungen, da ist man Kleinunternehmer, da hat man dann irgendeinen Vorteil, da hat man irgendeinen Nachteil, dann 45.000 ist eine Freigrenze. Ich würde eher gucken, einen guten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb aufzubauen und ja, dann beteiligen wir uns auch mit Steuern an der Finanzierung. Steuern zahlt man auf Gewinne, das heißt, man ist erfolgreich und nicht so oft das Kleine zu gucken, wo können wir noch was einsparen oder dass wir keine Steuern zahlen, das ist sozusagen also die Blickrichtung. Ich würde eher auf etwas Größeres versuchen zu zielen, sozusagen, und nicht so viel gucken, zahlen wir dann halt keine Steuern oder können wir die vermeiden, sozusagen, denn wenn du einen erfolgreichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hast, dann kannst du dir die Steuern auch schlichtweg leisten und dann ist es halt auch ein Finanzierungsinstrument, des Staates und wir wollen ja, dass die Unternehmen auch die Steuern zahlen, sozusagen, insofern, wenn wir das wollen, dann wollen wir die auch zahlen. Na gut, schreibt Florian. Okay, nächste Frage, Geld, das wir für, das ist ein Beispiel, Geld, das wir für ein Bildungsangebot erhalten, fließt in die Honorare der Durchführenden und zu einem geringen Teil als Spielgeld in den Verein. Wir wählen uns damit stets im ideellen Bereich gemäß unserer Satzung. Frage, tangieren wir damit in Wirklichkeit schon den Zweckbetrieb? Ja, aus meiner Sicht ja, also wenn ihr euch bezahlen, also wenn ihr, wenn ihr macht ein Bildungsangebot und es gibt irgendeinen Teilnahmebeitrag und dann zahlt ihr von dem Teilnahmebeitrag die Honorare und was übrig bleibt, checkt euch ein, das ist ein Zweckbetrieb. Wenn du den Zweck Bildung hast, ist das, es ist eine wirtschaftliche Tätigkeit, es ist eine Leistung gegen Entgelt. Das Entgelt ist die Gegenleistung. Es könnte auch ein Vorteil sein, hatten wir vorhin, die müssen euch nicht mit Geld bezahlen, die können euch mit irgendwas anderem bezahlen, freiwilliger Hilfe, also wenn euch ein Vorteil dadurch entsteht und dann ist ein Zweckbetrieb. Steuerlich ist es aber nicht so schlimm, weil das steuerlich keine, also für das Finanzamt keinen Unterschied macht. Also beide Tätigkeiten, ob es im ideellen Bereich angesiedelt ist oder im Zweckbetrieb werden hier in dem Fall nicht besteuert. Sie sind Umsatzsteuer und Ertragssteuer frei und deswegen gibt es so häufig Organisationen, auch die Zweckbetriebe eigentlich schon unterhalten, die so aber gar nicht deklarieren, das alles im ideellen Bereich abbilden und niemand sagt was. Warum? Weil wenn das Finanzamt jetzt sich darum kümmern würde, würde es trotzdem nicht mehr Steuern kriegen. Ja und deswegen ist es dann kein interessanter Prüftatbestand, weil der Steuerprüfer oder die Steuerprüferin, da geht es darum, mehr Steuern zu kriegen und wenn man die nicht kriegen kann, dann ist auch denen das relativ egal. Okay, ich hoffe, Max, das klärt deine Frage. Dann habe ich eine weitere Frage und zwar, kann man Spenden generieren, die dann zum Kauf einer Immobilie verwendet werden? Also, ist schon ein Spezialfall, muss man jetzt mal gucken, also vielleicht zunächst erst mal unterliegen Spenden grundsätzlich der zeitnahen Mittelverwendung. Ja und einen Immobilienkauf, dann verwendest du die Mittel ja in ein Haus, das lange besteht. So, man kann aber, wenn man den Spender darüber aufklärt, sozusagen, das nennt man eine Spende in den Vermögenstock, sozusagen. Also, der Spender weiß zu dem Zeitpunkt, wo er spendet, dass das Geld jetzt nicht nächstes Jahr für Kinder oder Bildung ausgegeben wird, sondern du sagst dem, wir bauen davon ein Haus und bitte spende das Geld in den Vermögenstock unseres Vereins. Dann ist es möglich, dieses Geld aus der zeitnahen Mittelverwendung rauszukriegen und damit auch dieses Haus zum Beispiel zu bauen. Eine zweite Möglichkeit ist, einfach einmal in der Organisation einen Geldtausch vorzunehmen. Also, nehmen wir mal an, du hattest gerade 1.000 Euro, die wolltest du eigentlich verwenden und jetzt kommt eine Spende rein, dann nimmst du lieber die Spende und verwendest die dafür und die 1.000 Euro fängst du an zu sparen. Das ist vielleicht ein Überschuss als vorher, legst du ihn in die Rücklagen und Rücklagen sozusagen kann man auch bilden, um große Investitionen zu machen. Also, zum Beispiel wollen in 10 Jahren eine Turnhalle bauen, dann kann man dafür Rücklagen bilden und dann kriegt man das Geld aus der Zeitnah Mittelverwendung. Das ist auch eine Möglichkeit, also Rücklagenbildung, um Investitionen in der Zukunft zu machen. Dann sparst du aber auch über 10 Jahre an, um dann die Turnhalle zu bauen. Das muss dir klar sein. Wenn du es ganz schnell machen willst, also gib mir jetzt Geld und wir bauen es nächstes Jahr, dann hast du halt nicht diesen Ansparweg, sondern dann musst du halt dafür sorgen, dass das Geld vom Spender nicht in deine Zeitnah Mittelverwendung, sondern in den Vermögensstock deines Vereins geht und wenn ihm das bewusst ist, dann gibt es diese Möglichkeit auch. Kannst du mal googeln. Okay. So, nächste Frage. Und zu welchen Schlüssel würdest du für die Verteilung der Kosten auf die verschiedenen Sphären empfehlen, um möglichst Steuern zu sparen? Das ist ja schon fast eine Steuerberatungsfrage. Das sind alles schon Steuerberatungsfragen, deswegen vielleicht nochmal das Clamer. ich bin kein Steuerberater, aber vielleicht entscheidend ist, der Schlüssel muss im Grundsatz stimmen. Ja, also es ist kein Würfel, sozusagen, also dass ich so sage, ach ich habe jetzt also mal ein Beispiel, ich habe Personalkosten, eine Person und die ist irgendwie in allen Sphären immer mal wieder tätig. Dann ist natürlich die Frage, wie teile ich die auf? Und das, was du dem Finanzamt sagst, und zwar durch deine Erklärung am Ende ist, da hast du die irgendwie aufgeteilt und der einzig einfachste Aufteilungsmaßstab ist zum Beispiel zu sagen nach Prozenten und die darfst du auch, ich sage mal, schätzen. Aber du musst diese Schätzung auch begründen können und sie sollte auch nachvollziehbar sein. Einmal ein Beispiel. Du machst ganz viel Einnahmen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, sagst dann aber, da sind gar keine Kosten gewesen. Das ist irgendwie prüfbar Quatsch. Also wenn du viel Einnahmen durch Leistung gemacht hast, musst du die ja immer erbracht haben. Wenn du da also keine Kosten drin hast, dann ist das eigentlich falsch. Du wirst sehen, dass Finanzamt das nicht beanstanden, weil sie kriegen dadurch höhere Steuern. Wenn du im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb die Kosten nicht gegenrechnest, dann zahlst du ja mehr Steuern, wird das Finanzamt sich nicht für interessieren. Für den Fall, dass du dort aber zu viele Kosten hinlegst, dafür werden sie sich interessieren, weil das würde ja bedeuten, dass du wenig Steuern zahlst oder sogar Steuerrückerstattung bei Gewinnen kriegst, die mit dem Vorjahrfahrer rechnest. Es bleibt der Grundsatz, es muss argumentierbar sein. So, erst im ersten Schritt. Und ich sage mal, der einfachste Schritt ist, du bildest dir wirklich eine Meinung. Ich glaube, unser Personal ist so, so und so verteilt gewesen. Das geht dann erst mal gut, kann ich sagen, eine Weile, wenn du klein bist und noch nicht so groß bist. Wenn du jetzt irgendwann millionenschwer wirst, dann reden wir einfach von Zeiterfassung. Ja, also dann heißt, deine Mitarbeitenden müssen dann Zeiterfassung und das kann das Finanzamt dann auch irgendwann sagen, so jetzt, das ist jetzt, also hier schätzen, könnt ihr mal bitte Zeit erfassen, müsst ihr ja sowieso eigentlich machen. Und dann ist es einfach so, dass immer, wenn die Leute ihre Zeit buchen, automatisch die Zeit den einzelnen Sphären zugeordnet wird und damit dann auch die Personalkosten. Und so geht das dann auch mit jedem Bleistift, jedem Tisch, jeder Reise sozusagen. So haben wir das dann am Ende natürlich bei Finiour gemacht, wenn du viele Sachen hast, dann läuft das alles, wird das automatisch verteilt und das schätzt dann niemand mehr. Aber als ich mal ein Umweltbildungszentrum gemacht habe, gegründet habe, das hat nicht Millionen Umsätze, sondern ein paar hunderttausend, da habe ich einen Schätzmaßstab gemacht, den ich begründen konnte, den ich dokumentiert habe und der somit auch zur Steuererklärung dann da war und auch bei der Steuerprüfung nachprüft war. Und es bleibt aber eine Schätzung, weil keine Zeiterfassung da. Okay. Es gibt nochmal eine Nachfrage zu der Immobilienfrage, also zu den Spenden, und zwar, ob das nicht auch gehen würde, dass man einen Verwendungszweck der Spende macht, also wenn man quasi die Leute dazu auffordert, explizit so etwas Langfristiges zu spenden, ob das dann funktioniert. Genau, das ist, es ist sehr ähnlich zu dem, was ich gesagt habe, sozusagen, es ist nicht ganz das Gleiche, also natürlich, wir könnten jetzt vermuten, dass ja, wenn ich jemanden sage, der Zweck ist der Bau der Immobilie, dann müssen die ja logischerweise, also muss man ja verstehen, verstehen, dass das Geld eigentlich nicht zeitnah für irgendwas anderes verwendet wird. Und die korrekte Bezeichnung ist halt eine Spende in den Vermöbelstock, sozusagen, deswegen. Aber ja, das ist, also es geht schon darum, dem Spender am Ende klarzumachen, wofür dieses Geld verwendet wird, und das ist vor allen Dingen jetzt nicht für Kinder oder gute Bildung gerade eben verwendet wird, sondern für Steine. Und deswegen bist du schon sehr, 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 sehr nah dran mit dem Verwendungszweck für dieses Gebäude. Noch besser ist es, wenn man halt es verbindet wirklich mit dem Vermögenstock, dann ist auch wirklich klar, das unterliegt nicht der zeitnahen Mittelverwendung. Das ist ja der Hauptgrund. Nochmal ein anderer Gedanke dazu, wenn du jetzt den Zweck sehr stark bestimmst, dann ist auch klar, du kannst das Geld dann nicht für was anderes verwenden. Eine Spende in den Vermögenstock kannst du schon noch freier verwenden. Ja, also das heißt, wenn dem Spender nur klar ist, es geht in den Vermögenstock, dann ist die direkte Verwendung noch nicht so klar. Also ist es jetzt eine Turnhalle oder ein Bürogebäude oder ein Auto sozusagen, sondern hier ist erst mal klar, das Geld unterliegt nicht der zeitnahen Mittelverwendung, es soll ins Vermögen des Vereins gehen. Wenn du die direkte Zweckbindung damit verbindest, was, ich glaube, aus Transparenzgründen eine gute Sache ist, ich will dem nicht widersprechen, sondern das ist eine gute Sache, bist aber auch da festgelegt. Wenn dann deine Baukosten explodieren, du kannst das Ding, das doofe Haus nicht bauen, da musst du im Zweifel die Mittel, also formalgerüstig, müsstest du zurückgeben, weil du den Zweck nicht erfüllen kannst. Das ist insofern immer so eine Abwägung und was meistens Organisationen versuchen ist, sie sagen, du spendest in den Vermögenstock und wir wollen damit im besten Fall das Gebäude bauen, sozusagen. Und versuchen so ein bisschen drumherum zu schüppern, dass sie am Ende noch sagen können, ach, das Gebäude haben wir nicht gebaut, wir haben da ein anderes gebaut. So, dass diese Möglichkeit weiterhin besteht. Es ist so grau. Ja, es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist grau. Es gibt in der Regel niemanden, der das prüft. Also es muss ja auch klar sein, was ist hier eigentlich das Problem? Das Problem ist hier eigentlich die nicht zweckbestimmte Verwendung der Mittel und die muss eigentlich vom Spender kommen. Das Finanzamt guckt sich das nicht an. Das Finanzamt guckt sich die Zeit nach Mittelverwendung an. Ob du sozusagen die Zweckbindung für deine Spender erfüllst, muss ich eigentlich, also müsste eigentlich der Spender prüfen. Prüft nicht das Finanzamt. Okay, danke. Ich glaube, ich glaube, das hat das Thema jetzt auch abgeschlossen. So, letzter Aufruf, noch eure Fragen zu stellen. Ich habe gerade nämlich keine weiteren. Ich würde noch kurz, hier ist noch eine Frage, die zur, die Realität mit der Einordnung, dass man Personal, Stift, Laptop, allen Sphären nutzt. Ja, das stimmt. Deswegen macht man Verrechnung. Ja, also tatsächlich, den Stift verteilt man auch. Und auch die Abschreibung des Tisches. Ja, das macht man über Gemeinkosten, Verrechnungssätze. Also, man muss sich das so vorstellen, wir nehmen alle Dinge, die wir, die wir gemeinsam für alles werden, auch nutzen, sozusagen, und verteilen die nach einem gewissen Schlüssel. Und meistens ist es ganz gut, die wie das Personal zu verteilen. Also, wenn ich sage, deine Personalkosten, du bist zur Hälfte im WGB und zur Hälfte im ideellen Bereich, dann ist es auch ganz gut, den Stift so zu verteilen. Das ist ein, das mag zwar vielleicht nicht stimmen, weil du im WGB mehr schreibst als im ideellen Bereich, aber es ist ein Maßstab, der nachvollziehbar ist. Und darum geht es bei Steuern immer so. Und dann verteilt man den so. Also, nehmen wir mal, ihr habt ein Team von 20 Leuten und auch dort ist 50-50, dann verteilt man eben auch den Schrift und die Abschreibung auf den Tisch nach diesem Maßstab. Und diesen Maßstab muss man wieder selbst erstellen, also muss selbst überlegen, wie machen wir das? Und bei der Steuerprüfung erklärst du dem das. Dann kommt der Steuerprüfer und sagt, was hast du denn hier gemacht? Und dann sagt, ja, also, ich habe mir das so und so gedacht und ich finde das so richtig und angemessen und deswegen habe ich das so gemacht. Und der Steuerprüfer muss jetzt wieder legen. Das ist nämlich der Vorteil, wenn du selbst erklärst, der Steuerprüfer muss jetzt wieder legen, dass die hälftige Aufteilung des Stiftes nicht richtig ist. Das ist faktisch nicht möglich. Deswegen wird er sagen, okay, ja, warum nicht? Wenn ihr zur Hälfte da arbeitet und zur Hälfte da, können wir den Stift zur Hälfte verteilen. Und damit ihr jetzt nicht jeden Stift einzeln verteilt, fasst man diese Kosten einfach zusammen am Jahresende. Also, das heißt, man hat in der Buchhaltung das schon so liegen, dass die Sachen aggregiert werden und da verteilt man nur die Summe und nicht jeden einzelnen Stift. Super. Danke nochmal für die Erklärung. Genau, die Person, die das geschrieben hat, bedankt sich auch. Ja, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Daher würde ich mich erstmal schon mal ganz herzlich bedanken bei dir, Klaus. Danke für den Input. Danke für eure Fragen und danke für deine Antworten. Ich glaube, du hast da erstens eine ganze Beratung gemacht, aber auch viele Fragezeichen klären können. Vielen Dank und bis bald. Danke dir, Klaus. Tschüssi. 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 Tschüssi.